Hey Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gamelat. Ich bin's Demelus und wir spielen mal wieder Sniper-Liter Zombie-Army 2 und dabei ist der Foxy. Hallo! Und direkt bereit zum Kampf. Bing. 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 Go! Oh, aber das ist wiederum. Wenn es ein Becken der Hoffnung gibt, dann ist diese Stadt sicherlich das größte, der zu erweitert. Nichtsdestotrotz musst du ins Kaiser Friedrich-Museum und den Sagamata-Relik retten. Sagamata. Kaiser Friedrich-Museum. Oh, ich muss auf dich warten. Du mein Colt-Toi. Ja, ich hab... Geht sofort los. Das geht ja nimmer gar nicht. Oh, guck mal. Nett. Die beiden in der Mitte sind eigentlich gar nicht da, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo die herkommt. Der eine ist auch schon verletzt. Vielleicht stimmt ein Zombie. Was mit denen, Mann? Ja, was hängen die denn da ab? Das sind Skelette, da können wir den Kopf nicht wegballern. Oh, Gott. Guck mal, da links. Ich hab jetzt ne anderes Hyper mitgekommen, die schießt ganz anders. Ein anderes Scope, ey. Muss ich auch mal mehr daran gewöhnen. Au, 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 au. Wegtreten! Bam! Exekutieren! Ja, wenn ich geht, sterben. Wollt ihr nicht sterben? Achso. Guck mal, jetzt ist so ne Tür. Ich muss ein bisschen Tonleiter machen. Konnten wir ja gerade nicht. Ein bisschen. Wahrscheinlich geht die mir so um wieder 30 Stunden. Oder einfach wieder 40 Minuten. Kann auch sein. So, fortsetzt. So, ich bin wieder da. Du bist wieder da? Okay. Dann letzter K.O. Boah. Das K.O. Ich dachte gerade, das sind Kühe, die hier liegen. Cool. Das sind Granaten. Ah, gut, dass wir noch keine benutzen haben. Springen kann man nicht. Ich wollte über das Geländer springen. Wolltest du etwa cool sein? Ja. Gibt's hier aber nicht, ja. Oh mein Gott, wir kommen. Oh Gott. So, nicht cool, der wird schon. Oh Gott. 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 Was machst du? Die Granate sind hier auch gegen geflogen. Oh, mein, ich hab meine MP-Mobilistin schonmal gebraucht. Looten! Warte auf mich, muss looten! Wie geht's nicht weiter? Wenn sonst, dass ich die Tür geöffne. Das ist Munition! Oh ja! Komm mal! Da haben wir noch keine MP-Mobilistin. Hui! Äh, warte! Komm! Licks, wir gehen erstmal hier. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ich hab irgendwie ein dummes Gefühl, dass entweder gleich ganz viele von vorne kommen oder ganz viele von hinten. Ganz viele von hinten! Oder zumindest einer. Der boom macht. Boom, boom, boom! Hier geht's aber noch weiter. Ich seh nichts! Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Warte. Aua! Okay. Das Glück, dass ich die Frontify nicht angemacht hab. Alter, ich schieß grad wie so'n besoffener Biber. Die beiden vielleicht nicht so gut geworfen. Au! Doch! Das Ding! Alter! Ich treff grad nix mit dem Springfield, ey! Aua! Hinter uns! Hinter uns! What the heck! Ich hab keine MP-Munizonder! Verblute! Warte, ich versuch dir zu helfen! Ich hab auch keine Colt... Ne, warte mal. Colt muss ist 3. Ich kann die Waffe auch nicht wechseln. Ich helf dir, ich helf dir! Ab dich! Ein Ding! Mach ich öfters! Aua! Scheiße, man! Da kam die von hinten, ey! Die Schweine, ey! Oh, guck mal! Hier kommen wir auch hoch! Ja, wir haben bloß noch den Weg genommen! Hier kommt ganz viel, ich kenn das ja runter! Jo, wo kann ich das denn? Oh, Mann, oh, ich will dann das denn gehen! Jawohl, MP-Munizieren! So muss das! Ich schieße dir! So! Hä? Wahrscheinlich nahe genug dran, oder was? Träfst du die auch nicht? Ne! Jetzt haut der eine ab! Links! Den treffe ich die ganze Leute nicht, oder zumindest krieg ich keine... ...Wirbt dann nicht! Boah, die treffen uns! Jetzt hab ich ihn! Was sind neue oben? Ähm, äh, hinter uns! Oh Gott! Sag doch was! Ja, die sind gerade aufgestanden, wo du den einer erschossen hast! Da sind übrigens immer noch Sniper oben, Markus! Scheiße! Kann ich wieder nicht treffen! Kann sein, dass ich gleich verblute! Okay! Nein! 3D! Auf mich Sniper! Ähm, ähm, guck mal nach unten! Okay! Der ist nicht bewegt! Der will sterben! Habe ich mal gemacht, ne? War's das? Sind da noch Sniper? Äh, das war's, okay! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! 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 Komm, die gehen zu! Ich hab da... Ich hab da kein gutes Gefühl bei! Ich dachte jetzt schon! Du bist jetzt ein letztes Haus und dann... Nein! Oh Gott! Die Sklette sind so ekelhaft, ey! Da kommen noch mehr! Verdammte Scheiße! Mein Gott! Okay! Das sind diese Kreise! Mit dieser Springfield krieg ich keine Bullet Cam hier! Ich treff mit der nicht sehr! Mag den Scope nicht! Oh, ne! Da ist wieder so ein Kreuz, Mann! Oh nein! Ich hab auch keine Bullet Cam hier! Und dann hat das direkt noch eins! Oh, oh, oh! Kollege! Oh nein! Ok! 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 Ab zum nächsten! Warte! Du aktivierst das! Ich versuch Deckung zu geben! Da kommen Zombies Warte mal Ich bin nicht Zombie-Abi Warum kommen die Skelette Oder zehn Skelette-Zombies dazu Kann ich nicht Oh Oh nein Da blinkt wieder so viel Warte mal Hier hinten ist die Tür offen Kann man da was machen? Ah Munition Ähm Hast du gerade eine Granat drin geworfen? Ja ich mag die F-Taste gut nicht Geh mal vor Lass den Mann nach vorne kommen Und wegen den Fässern hier die als ich bedienen kann 6 für eine Granate Aber wenn er die Fässer trifft was da haben Dann haben wir ein Problem Oh 12 für eine Granate Ich darf gerade nicht sein Ich werde sterben Kannst du zu mir krabbeln? Ich kann gar nichts bewegen Oh ok warte 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 Ich habe ihn Oh du bist tot Ja Gut das war der Preis dafür Aber mein Gott Opfer müssen gebracht werden ne Oh Gott nie wieder Was passiert denn das eigentlich mit dir? Ich werde nie wieder kommen Ich werde gar nicht als Wandel nach Tod herumlaufen Da liege ich Jetzt befummelt der mich noch Hey Oh Nein So Ich meine schon ein Colt haben Ok Dann ähm Herzlich willkommen zu Let's Play alleine Wie überhaupt kein Ton mehr da ist Das wäre ja voll kacke Hey das ist wieder so ein smiley man Bäm Hallo Oh Du bist wieder da Ich sehe zumindest du bist wiederbelebt Hallo Lebst du wieder? Naja Da stand gerade du bist wiederbelebt Da 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 Leit Was ist denn das hier? Ne Panzerfaust Ich nehme das dicke Ding mit Okay Warte geht's Jawohl Die Dummerin hat große da auf dem Berg Ich gebe die Deckung Da da Oh Gott Feuer frei Oh Hat das Ding eigentlich irgendwie Überhitzung oder so? Sieht nicht so aus Ne Okay Ganz geil Funktioniert ja bisher ganz gut Ich fühle mich wie Rambo Oh Viel'n KD alter Oh du scheiße Was hast du gesehen was da da gekommen? Oh nein Alter Die wollen dich fressen Meine Waffe ist hier wieder kaputt Ich deizel das oh Gott Nein Nein Geweckt er Nicht da ran Oh Verdammt Ich brauch Hilfe Ich kann mir nicht so weit reden Der Colt muss deizeln Okay der Colt hat deizelt Oh nein Es kommt man Oh Gott oh Gott oh Gott Verdammt Einer ist durch Einer ist durch Nicht nur einer Da sind Scheiße Ich will nicht noch wieder sterben Ich geh ans MG Da ist einer Er beschwört die Viecher Wo? Ich glaub der ist tot Ne der lebt noch Oder? Ich glaub Ich weiß nicht Da ist er Da ist er Der Dicke Boah schön mit nem M60 hier Ich glaub es sind ein M60 Ich bin ja nicht sicher M60 Ah Ne MG42 ist das Ich hab ne MG42 Okay Hier ist falsch Komm mal Okay Wow Mann mit Schaufel Wow Der steht hinter mir Was? Hinter mir ist er aufgestanden Lebt der noch? Jetzt nicht mehr Ähm What the fuck Okay wer's mag Also ich steh auf andere In eine Richtung Ich hab den lieber Ikea Aber Mein Gott ne Jedem sein Geschmack Warte mal Kann es sein Dass der Raum Komplett umgedreht ist? Ja Weil hier ist der Kronleuchter Wo ich mich dran decken kann Nehm die noch? Sieht mal Mit dem Kopf Seht nicht so aus Warte mal Sind das Roboter? Ne 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 Okay Da mal Ich hab die Köpfe Schießen Von dem viel was aufstehen könnte Mensch Lol Da bauelt wieder einer Foxy Dreh dich mal nach links oben Dreh dich mal nach links oben Da Ja bin hier Irgendwie anhört mich jetzt gerade an dem ersten Level Oh Oh Gott Oh Gott Jawohl Hinter dir Habe ich Nach 8 Millionen versuchen Okay Ich würd sagen Ich leg mich hier hin Und du triggerst alles Weiß ich nicht Weiß ich nicht Okay Ich snap ein bisschen Komm mal rein Oder auch nicht Oh hallo Leute Hinter dir Oh nein Sie kommen Äh Komm mal lieber zu mir Oder auch nicht Oh Gott Wow Was ist er denn für einer? Foxy ich glaube ich krieg dich da nicht wiederbelebt Ich weiß Sieht ein bisschen schlecht aus Jag mich halt hoch Oh Gott Da kommen viel zu viele Mann Hast du das mal gesehen? Ja Oh ich hab da noch ne Panzerfaust Hoppala Ich dachte ich hab jetzt meine MP Die hab ich alle aufgehalten Und dann haben sie mich umgebrannt Noch 20 Sekunden Ich muss mal hier kurz weg sprinten 20 Sekunden 17 15 Okay warte ich try it Ich komm 10 9 Oh ne 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 Oh ok Ne Warte 6 5 4 I must try it Oh ne ich hab mich verdrückt 10 Ähm Ja Das ist jetzt Unpraktisch Warte mal Hab ich noch Ne hab ich nicht Hier lernen wir hier mal nach Alter wie viele das sind Viel Spaß Äh Ich weiß nicht ob das Spaß ist Ich denk gleich auch noch auf Und dann geht's los Und dann geht's los Ah klar Oh nein Aua Nicht mich boxen Nicht so nem weißen Rauch Nein Weiß auch Börse Warte ich nicht Da kommen die glaube ich raus Ah Wo Schwarz Und dann kommen die raus Du bist wiederbelebt Ja ich hör was ich hör's Hatte ja hast du genug getötet oder so Ich hab keine Ahnung Aber ich komm noch nicht Ich bin noch nicht da Das glaube ich dauern Dauert immer ne Weile anscheinend Das sind viel zu viele Au Hört auf damit Ich bockst mich Hm Ach du scheiße man Der hat den Reifen verloren Wann lebst du wieder? Weiß ich nicht Ich hab keine Anzeige Doch von Okay Trust me I'm a engineer Oder auch nicht Okay Das hat nicht so funktioniert Wie ich dachte Aber ich glaub mehr spawnen Ich muss jetzt nur noch alle töten Wird ja einfach sein Und dann kommen 3000 Um den Zelt rum Genau Und dann kommen wir Am besten noch zwei Dickel Und dann Dann bin ich glücklich Weißt du am besten Kommst du denn auch noch In gut Als Kino-Sniper So du hast Gleich 90 Minuten Und 30 Sekunden Warte ich schaff das noch Hoffe ich Muss ich ja Treff grad nicht Okay ich schaff's glaube ich doch nicht Ey davon mal abgesehen Habe ich nur noch vier Kugeln Okay zwei Okay eine Gut Ähm Ich hab eine Cold Kugel Ja wir sind voll genutzt Kriege ich jetzt hier auch irgendwo Munition her? Hallo? Hallo Lass mich mal hier in die Wand laufen Lass mich hier in die Wand laufen Oh Hier oben sieht's doch gut aus Jawohl Ich hab wieder 80 Schoss Sovon muss der denn wieder aufstehen Ich hab alles Da vorne ist ein Safe Room Da warte ich Hup 'll Hup Ich verstehe Deine Schaffer Expedition ist so gut Fundiert Wenn der Führer ist in hand Bei der Besetzung der anderen Relikspielten, vielleicht werden wir noch immer wieder zurückgehen. Wohooo! Jawoll! Boah, du bist genau da, wenn dein Part wieder vorbei ist, oder unser Part, oder wie auch immer. Ja, 21 Minuten. Ja. Jo, das war Part Nummer 3 von Sniper Elite Zombie Army! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Tschüss!